Oh, wir kriegen Skelett-Unterstützung. Schön. Hier bin ich, Meister. Noor ist mit uns. Ja. Da passt man einmal nicht auf. Dann gehen zwei vor die Hunde. Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! Verstärkt die Deckung! Hey, halt doch schnell! Sie sind überall! Das Kipfel! Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Die Rune befiehlt. Unverzüglich! Stehe bereit! Verstanden! Gut, das wird unschön, wenn die beiden sich nicht beeilen. Kommt's, Kerx! Schafft mir Aria ran! Selbst hier, äh... schafft nur noch einer jeweils. Rumpel ist kaputt machen! Halte durch, Männer! Au! Zu euren... Alles klar! ...die Deckung! Ah, rückt's! Hey, halt doch still! Ja, ja, ja! Hm, 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 hm... Das Kipfel! Verstärkt die Deckung! Das Kipfel! Verstanden! Rumpel überkämpfen! Zu euren Wies! Alles klar! Was klotzt denn so? Sie sind überall! Okay, hoffen wir, dass unsere beiden Hälten bald mal wieder hier eintreffen. Was? Die Rune befiehlt? Ja, um hierhin, um da hin! So, die beiden sind erstmal geheilt. Wir können wieder nach da unten. Kommt ihr, faulen Wichte, jetzt bringt denn nicht das... Ja, ich höre mich schon an wie ein Dunkelelf, aber wir werden hier belagert von Wölfen und können geile Truppen ausbilden, weil wir einfach zu wenig Aria kriegen. Weil die Aria-Quellen auch richtig doof sind. Was wünscht die Rune? Wird sofort ausgeführt. Unverzüglich! Na gut, ich kann jetzt mal mit der Ausbildung beginnen. Oh, ich kann gleich schon gar fünf. Der Tod ist nur der Anfang! Ein feiger Angriff! Sehr schön, die beiden sind hinüber. Das heißt, ich kann sie gleich durch Havox ersetzen. Gebt euren Befehl! Oh, das wird jetzt wieder hier sportlich, jo. Schließt die Reihe! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Machen wir die beiden bis zum Standort vor. Halte durch, Männer! Und ja, ich glaube, bevor ich auf das Aria warte für nochmal fünf Havox, nehmen wir einfach fünf Kriegsherren. Das sollte dann mehr als ausreichen, um die Wölfe mal ein bisschen zu dezimieren. Okay, dann haben wir fünfzehn Havox, fünfzehn Hexenmeister, fünf Dekromanten, von was auch immer. Und fünfundzwanzig von denen hier. Also fünfunddreißig zu fünfundzwanzig, ja. Gute Mischung in Kombination mit unserem Titan. Ah, und da kommt schon die nächste Marotte an Feinden. Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! Und ich habe absichtlich Marotte nicht Rotte gesagt. Für die Macht Nors! Ups, so. So. Um alles kaputt machen! Schließ die Reihen! Sollte auf jeden Fall reichen, die Lager da unten und da oben Platz zu kriegen. Vor allem, wenn die Havox genug Phantome beschwören, die dann auch nochmal. Feindlicher Angriff! Die Rune ruft. Schlagt sie zurück! Wird sofort ausgeführt. Schließ die Reihen! Du stehst nicht vorne an der Front, das ist ungesund für dich. Klub, letzter Kriegsherr, bitte. Dann haben wir wenigstens nämlich etwas. Feindlicher Angriff! Wir sind der Tod! Wir sind der Tod! Lasst uns kämpfen! Vorzuweisen! Silbernglitzert der Tod! Ups. Warte doch nur die da. Komm, bringt mir noch mehr Spinnengetier. Wir sind der Tod! Nor ist mit uns. Er lebt mich nicht. Ja! Sofort! So. Damit sollten wir jetzt was machen können. Sofort! Also ja, natürlich erst einmal alles hier raus buxieren. Mir nach! Also ich weiß, hier war einer. Hier irgendwo war einer. Und hier unten. Und da oben waren welche. In der Nähe des Heldenmonuments. Und ja, wird auch immer noch als zweite, als Mainquest angezeigt, obwohl es gar kein Mainquest ist. Auf mein Zeichen! Sofort! Bereit! Und los! Okay. Und los! Und los! Na gut, der Feind hat auch zugelegt an Truppen. Ich hätte es mir einfach machen können und die ganze Sache mir mit den Helden regeln. Also den Helden und meinem Hero. Aber Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Ich habe lieber auf der letzten Map Max Level, als da noch leveln zu müssen. Bereit! Mir nach! Nor wird uns rächen! Wir sind der Schlacht ist nahe! Eure Gegenwehr ist vergebens! Okay, ja, wir sollten Dechsenmeister dich zu weit vorlassen. Kämpft! Die Schlacht ist nahe! Die Ehre! Gebt euren Rätsel! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Okay, zum Glück können die Gebäude nicht viel. Ja, folgt mir! Nor wird uns rächen! Und los! Und ja, wir haben sehr viel Feuerkraft jetzt. Vorwärts! Folgt mir! Zur Ehre Aonius! Tod und Verzweiflung treiben euch! Mir nach! Nicht erst das! Schnell! Okay, da ist auch wieder etwas größer. Okay, da kommt, kommen sie. Nor wird uns rächen! Wir sind der Tod! Eure Gegenwehr ist vergebens! Eure Gegenwehr ist vergebens! Wir sind der Tod! Der Tod ist nur der Anfang! Wir sind der Tod! Ein ehrloser Hinterhalt! Nor wird uns rächen! Wir sind der Tod! So, dann machen wir auch noch die nächste, äh... Ein feiger Angriff! Die nächsten weg! Eure Gegenwehr ist vergebens! Nor wird uns rächen! Wenn sie nicht töten! Meine Güte, meine... Also die... Eure Gegenwehr ist vergebens! Ich muss nicht sagen. Schließt die Reihen! Die Rune ruft! Wird sofort ausgeführt! Ihr solltet nicht vorrennen! Nicht stirbt! In die Schlacht! So, welche Lage halten wir jetzt zerstört? Das dritte und das vierte? Und los! Folgt mir! Schlagt sie zurück! Schmerz! 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 Schmerz!